Unser eigener Lieferservice. Hast du schon die Karten machen lassen? Ja. Ah, nice. Ah, perfekt. Authentische Pizza. Mehr brauchen wir eigentlich. Und Pasta. Von mir aus, ja. Passt auch gut. Und Schnitzel. Okay, passt jetzt nicht so ganz, oder? Und Döner. Was? Nein. Und 28 indische Gerichte natürlich. Nein, warum? Und ein lebendes Rind halt. Hä? Und natürlich M4-Sex-Kantschrauben. Nee, wir sind doch ein authentisches Restaurant. Und eine Yacht für 26 Millionen Euro. Alter, warum? Das wird doch niemals klar. Pizza Firenze, hallo? Yo, hi. Ich hätte gerne eine Pizza Fungi einmal. Einmal Falafel-Döner. Und so ein paar Schrauben einfach. Und habt ihr Ersatzturbinen für ein Airbus A320? Haben wir die? Nur Airbus A321? Nee, nur Airbus A321 leider. Hä, wie jetzt? Was für eine kleine Sch***karte habt ihr überhaupt? Sowas nennt sich italienisches Restaurant heutzutage. Kacke. Ich hab's mir gedacht, dass das zu wenig ist. Ach man, das war's. Also nicht.